Hallo! Du hast ganz neue Nachrichten. Willst du sie sehen? Ja, schön. Lass mal hören. Guten Morgen! Morgenstund hat Gold im... Tja, also hier bin ich So im Willen von der Blesky-Lesbie-Agentur. Auch wenn sie mir das nicht glauben, ich kann ganz toll aussehen. Man hat mir versichert, dass es bei einer Hostess nur ums Begleiten geht. So wie ist meine Verlobte. Hast du Verlobte gesagt? Glaube ich nicht, das ist ein Witz. Ich an ihrer Stelle hätte ihren Schatz schon ein paar in die Presse gehauen. Schatz! Liebling, das klappt! 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 Das ist Jane! Das ist deine Tochter Jane! Weißt du noch? Was, Jane? Verpissner Sauer! Das ist ein Tochterstück! Du hast sie gemietet! Guck an euch ab, wie du freust dich! Ja, und wie! Ich komm hier nicht mit, ich komm hier überhaupt nicht mit! Jane! Ich will nicht, ich bleibe hier! Das ist es, das wird's, das wird's, das wird's! Das ist es!